Ich kann eh nix sehen. Es ist nur schwarz. Warum spielen die Magie? Warum können die nicht auf Star spielen? Weil da ein Loch ist. Wie viele Steine hast du noch? Fährst du noch mal dann eigentlich? Echt, ne? Doch Steine und ein Achsebruch. Wo stehen die Feste? Die Keramide, die du gebaut hast. Was ist ein Schwachsinn? 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 Was ist ein Schwachsinn?